Depressionen zerfleischen das eigene Leben und irgendwann ist man dann auch vor lauter Hilflosigkeit bei Medikamenten angelangt und da nicht selten bei Prozac bzw. auch Fluoxetin genannt. Letztlich ist Fluoxetin der Wirkstoff und das Medikament heißt Prozac. Es gibt mit Johanniskraut auch eine mildere pflanzliche Alternative und die schauen wir uns heute mal an und auch was überraschenderweise die optimale Dosis von Prozac ist laut einer Studie und ob das alles Sinn macht. Guten Morgen du Lebensoptimierer, ich bin Samu und begleite dich in deinem Leben. Ein alter Klassenkamerad, den ich vor 8 Jahren beim letzten Klassentreffen das letzte Mal gesehen habe, der hat mich gefragt, ob ich bei all dem Wissen rund um einen gesunden Lifestyle auch irgendwas gegen Depressionen hätte. Offensichtlich ist er kein Abonnent meines Kanals, sonst hätte er in den 15 Videos, die ich schon zum Thema Depression gemacht habe, zumindest einiges an Ansätzen finden können. Er meinte er isst auf Prozac oder Prozac oder wer auch immer das ausspricht. Aber irgendwie hilft das nicht wirklich viel. Und da musste ich feststellen, ich habe mich wirklich nie mit den Medikamenten konkret auseinandergesetzt, die bei Depressionen dann doch oft für viele der letzte Rettungsange sind. Also habe ich mich hingesetzt und dabei wieder einmal überraschende Weise festgestellt, dass Prozac schon seit einigen Jahren eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht mehr State of the Art ist und damit Ärzte etwas verschreiben, wo ich mich frage warum. Der Wirkungsmechanismus von Prozac gilt als überholt und die meisten erhalten nicht mal die optimale Dosis. Verschrieben wird es leider täglich immer noch trotz zahlreicher Nebenwirkungen und in einer Studie, die Du Dir heute vorstellen werde und die Du natürlich auch in der Infobox in Ruhe nachlesen kannst, wurde herausgefunden, dass mehr als einer von drei Patienten heftige Nebenwirkungen hat durch Prozac. Einer von drei. Ich habe dann gedacht, ja klar chemische Medikamente und etwas wo unser Körper automatisch eine Gegenreaktion immer auslöst. Achja falls Du hier neu auf dem Kanal bist, ich bin kein Arzt und teile Dir nur die Ergebnisse meiner Recherche inklusive der entsprechenden Quellen mit. Interessant ist auch, dass die Nebenwirkungen von Prozac auch bei allen anderen Medikamenten, die denselben Wirkungsmechanismus haben gleich sind. Und jetzt kommt es. Auch bei der Einnahme von Johanniskraut, der pflanzlichen Alternative, die laut Prof. Dr. Stefan Willig absolut gleichwertig zu Prozac ist. Und auch Zitalopran und andere Medikamente haben alle denselben Wirkmechanismus und dieselben Nebenwirkungen. Also zum einen kann ich meinen Freunden und Ziemlich sicher sagen, dass Johanniskraut in Apothekodosis wohlgemerkt, dieselben Effekte hat wie sein Prozac oder Fluoxetin, worüber ihn sein Arzt wahrscheinlich nicht aufgeklärt hat, weil er schon gerne lieber etwas Natürlicheres nehmen würde. Und zum anderen hat er eine viel zu hohe Dosis von seinem Arzt erhalten. Zumindest laut einer Studie die ich gefunden habe. Ich blende dir mal ein Diagramm ein. Hier ist unten auf der X-Achse die Dosis von Fluoxetin dargestellt und auf der Y-Achse die Wirksamkeit. Man erkennt hier recht deutlich, dass bei Fluoxetin nicht gilt, viel hilft viel, sondern dass es eine optimale Dosis von ca. 30 mg gibt. Studie dazu gibt es unten in der Infobox. Da taucht natürlich die Frage auf warum das so ist. Und dann kommen wir zu einer Erkenntnis die plötzlich Prozac generell in Frage stellt und die Behandlung einer Depression in eine ganz andere Richtung führt. Also die ganzen Medikamente sind Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Mal zusammenfassend kann man sagen, dass die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer den Serotonin-Spiegel anheben. Und da ist man dann in den 80er Jahren, wo die ersten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer entwickelt wurden, einer einfachen Logik gefolgt. Höhere Serotonin-Spiegel, also glücklicher und weniger depressiv. Und der Erfolg gab den Forschern auch Recht. Aber eine Sache hat damals schon keinen Sinn ergeben und belastete die Gewissen der Forscher. Wenn es so einfach wäre, warum wirkt Prozac bei den meisten nicht sofort. Sondern ein klinisch messbarer Effekt tritt erst nach ein paar Wochen ein. Und dann fand man es heraus. Es ist nicht der direkte Zusammenhang zwischen viel Serotonin und dann glücklich, sondern der erhöhte Serotonin-Spiegel führt in einer Kettenreaktion zu einer Veränderung der neuronalen Strukturen. Man spricht dabei auch immer wieder von der Plastizität des Gehirns. Davon damals bevorstehende Bandscheibenoperation. Also wenn man direkt an der Plastizität des Gehirns ansetzt, werden selbst behandlungsresistente Patienten mit schweren Depressionen geheilt. So ist die Erfahrung von Ronald Duhmann von der Yale University. Und das kann man recht effektiv machen und das ist der aktuelle Stand der Forschung. Man muss einfach Glutamat an den Synapsen ausschütten. Wie bei der Einnahme von Ketamin. Laut Duhmann ist Ketamin die derzeit absolut sicherste Lösung, um Depressionen loszuwerden. Aber halt Stopp! Ketamin? Ketamin? Hast du dich irgendwann schon mal gehört? Ja, das ist auch eine beliebte Droge, weil sie psychotrope Effekte auslösen kann und nicht nur das. Auch Ketamin hat eine Reihe blöder Nebenwirkungen, aber ist viel effektiver als Prozac. Es wird, so Duhmann, in einigen privaten Kliniken als off-label, quasi illegal verabreicht, weil es direkt hilft. Okay also haben wir den aktuellen Stand der Seite der Pharmazie. Aber gehen wir mal zurück auf die helle Seite der Macht, die Pflanzenpower. Also erst einmal an alle, die Prozac nehmen. Johanniskraut hat denselben Wirkungsmechanismus und auch die selben Nachteile. Muss man dazu sagen. Auch hier gilt, Johanniskraut wirkt erst nach einer gewissen Zeit, nachdem die Plastizität des Gehirns verändert wurde. Also sich dein Gehirn umgeformt hat. Während die optimale Dosis laut der unten verlinkten Studie von Prozac bei 30 Milligramm liegt, wird diese bei Johanniskraut bei ca. 1000 Milligramm angegeben. Aber nochmal ich bin kein Arzt und auch kein Apotheker. Wenn ich bin, dann in die absolut positive Endlösung zu kommen, was ich für meinen Freund herausgefunden habe und natürlich auch für Dich. Placeboeffekt, den kennst Du sicher. Ein nicht wirklich logisch erklärbarer Effekt, der aber deutlich messbare physiologische Effekte nach sich zieht und auch physiologische. Das geht von der Wunderheilung bis hin zur Wirksamkeit von Medikamenten. Erinnerst Du Dich vorhin an meine Aussage, dass Prozac erst nach ein paar Wochen klinisch messbare Effekte hat. Aber es gibt Menschen die spüren sofort Effekte. Obwohl der Wirkungsmechanismus anders ist als man am Anfang angenommen und natürlich auch kommuniziert hat. Und das ist der Placeboeffekt. Und weißt Du worauf der Placeboeffekt, wie fast alles was auf psychologischer Ebene auch Auswirkung hat, auf die Plastizität des Gehirns. Grob gesagt, wir können mit unseren Gedanken unser physiologisches Gehirn verändern. Das was Ketamin auf eine andere viel schnellere Weise tut. Also warum ist das nächste Mal wenn irgendeine Pflanze deren Konsum keine Nebenwirkungen hat und im Zusammenhang mit antidepressiven Wirkungen steht oder mal genannt wird, Deine ganze Willens- und Selbstüberzeugungskraft nutzen und Dein Gehirn quasi selber entsprechend umformen indem Du total daran glaubst. Oder langfristig mit anderen Werkzeugen wie Meditation oder Sport die ja auch definitiv antidepressiv sind. Warum diesen Placeboeffekt nicht zur Umformung des Gehirns nutzen? Wie gesagt ich habe einige Videos zu diesem Thema schon released. Also für das Thema Neuroplastizität und für mich persönlich käme weder Prozac noch Ketamin in Frage, sondern ich würde wahrscheinlich tatsächlich Johanniskraut nehmen oder gar nichts und versuchen die Plastizität des Gehirns mit meiner Lebensweise zu verändern. Und dass es möglich ist, das ist mittlerweile bekannt. Ein interessantes Buch in dem Zuge, allerdings schon recht esoterisch angehaucht, aber ich mag es trotzdem. Das ist Schöpfer der Wirklichkeit von Dr. Joe Dispenza. Aber vielleicht hast Du auch noch Tipps und Ernährung zum Teilen hier auf dem Kanal, dann schreib das auch unten in die Kommentare. Wie gesagt wenn Du was siehst, was ein anderer geschrieben hat, was gut gegen Depressionen hilft, dann hau drauf, klaue voll da dran und das Wichtigste ist, dass Du Dein Gehirn umformst. Denn nichts anderes macht Prozac. Es ist nicht die Serotonine, es ist die Umfirmung Deines Gehirns. Ich fand es jedenfalls total interessant mal zu diesem Thema zu recherchieren und Dir diese Information zu präsentieren. Wenn Du dreimal die Woche alles aktuelle aus Wissenschaft für Dein Leben einfach aufbereitet haben möchtest, dann abonniere diesen Kanal und werde Mitglied unserer Lebensoptimierer Familie. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Dein Samu.